Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu diesem super krassen Spiel SuperHot, wo man die rote Männle abkillen muss. Wir waren zuletzt hier. Könnt ihr euch noch daran erinnern an die schwere Mission, an dieses schwere Level hier. Oh scheiße, fängt da schon mal sehr gut an. So. Ah scheiße, war zu langsam. Zu langsam waren wir. Schottflinde halt. Oh, das sieht so episch aus in Zeitlupe. Das Spiel ist schon mega. Das macht voll Bock. Hier kommt doch jetzt einer. Komm. Boom. In Zeitlupe, schaut euch das an. Bam. Wie der Arm abfällt. Ich lieb das Spiel irgendwie. Es ist voll cool. Katana. Wow. Aber können wir ihnen das anwerfen. Schau dir das an. Vor allem die Brust. Ah, hier ist die Pistole. Boom. Oh oh. Komm. Triff ich ihn? Ja. Sehr schön. Wie viele kommen da noch? Das ist ja voll schwer. Ja, in den Kern. Schnell. Habe es jetzt endlich geschafft. Das schwere Level. Ja man. 100% easy. Okay und jetzt? Ah, kann ja die einfach so abschlachten. Okay. Okay. Das ist ja cool. Was passiert hier? Ja. Du bist noch schwach. Okay. Okay. Sind wir im Gefängnis? Wo sind wir? Hm. Etwas hält sich zurück. Okay. Du musst loslassen. Äh, was muss ich loslassen? Oh, die ist offen. So. So. Jetzt laufen wir mal da rein. Dein Geist ist Software. Oh ja. Dein Körper hält mich zurück. Befreie dich. Soll mich abschießen? Okay. hast endlos modus freigeschalten was passiert jetzt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.